So, guten Morgen, willkommen zurück zu OpenArena, heute mit viel mehr Frames Und, ja, ich würde trotzdem nicht gewinnen und ich glaube Wollte ich den Sound denn noch leiser oder lauter machen? Weiß gar nicht mehr Ich habe jetzt geschmeidige 30 Frames Mit loses RGB-Capture auch noch Das heißt, ich treffe jetzt genauso wenig, aber dafür Viel flüssiger Flüssig viel treffen Moment Das Konzept ging auf Das muss ich nochmal überarbeiten, das funktioniert ja Wenn ich überhaupt nichts treffe Was ist überhaupt? Müssen wir schon wieder mal die Kills klauen Was soll ich denn mit dem Granat launchen? Launcher Haaach Ist nichts Deutsch Yeah, dritter Platz für einen Kill Ey, bin ich gut Das ist ganz anderes Spielvergnügen Was? Mach ich die nicht? Haa Wollen wir schon mal die Kills klauen? Wollen wir schon wieder sechs Kills haben? Ich glaube das wohl nicht Geht's noch? Kann ich mal gar nicht angehen Aber ich habe jetzt 30 Frames Mit loses RGB-Capture Ein Hoch auf meine neue CDU Wo ist denn der? Haa? Ich aus zwei Richtungen Das wird noch ein sehr langes Let's Play Ein Let's Sterb Stirb, was du kannst Ich bin mir schon Ich frage mich auf die Statistik am Spielende Sie sind zwei Milliarden Mal gestorben Ja, ich bin fitter Zwei Kills Ich bin so gut Und ich renne da nebenbei auch noch Na, trotzdem noch 30 Frames Haha So mal stehen So stehen Ja, toll Das Spiel schon wieder fast vorbei ist Oh Ich glaube ich habe mich selbst gekillt Hm Das ist immer gut Sich selbst zu töten Ist immer eine gute Idee Und ich weiß nicht Ich höre mir mal einen Kühler Also wenn er Äh, ne, ne Ne, ne Ne, ne, ne Nicht hier next Bescheuert Mir reicht die erste Rode Die ist so spannend Muss ich eigentlich nicht Ich glaube ich muss bloß die Fittesch schaffen Wenn ich Äh Das nächste Tier will, oder? Das Zelit Ich habe mich noch nicht bei den ersten gesehen Weil wir die Führung schon verloren Weil ich die Führung nicht überhaupt mache Kannst du mal sterben bitte? Ach ja Jetzt verschießt mir wieder jemand anderes So gemein Dieses Spiel ist böse Ich mag dieses Spiel nicht Bin ich auf die Idee gekommen Es auf Nightmare zu spielen Gut Dämon wird es wahrscheinlich sehr lustig finden Und einige andere auch Wenn es sich irgendjemand Dieses Videos anschauen würde Aber es schaut sich schon eine Stunde an Wenn ich nur sterbe Äh, was ist er denn? Stippst du bitte mal? Ah Ich habe schon mal zwei Kills Ich will einfach nicht sterben wollen Ich brauche mal eine gute Wache Keine Ahnung wie BFG mit Quad Damage Die glaube ich sogar nur dreifach einen Schaden macht Oder wie war das? Das Problem ist Der Zeit geht ja auch das aus Worüber man reden könnte Aber irgendwie ist das Spiel noch nicht vorbei Und ich habe immer noch keine Musik eingefügt Ich fände mich gerade so auf Ja, dann kann das ja nichts Hey, ich habe ihn getroffen Ich überrasche mich gerade selbst Wird es nochmal wieder sterben? Wieso kann man nicht drei Raketen auf einmal schießen? Weil es ist Spiel 6 Wieso ist das Spiel? Excel Hat zwar mehr Frames, aber bringt doch alles auch nichts Schön ist aber das Spiel ist das Spiel so oft Da baut sich das Skill richtig schnell auf Das ist Feine Sache Kann ich eine größere Maschinenpistole nehmen? Ich bin fit damit 4 Kills Das passt richtig Ähm Wo ist denn hier ein Gegner? Hinter dir? Ach, leck mich Das ist doch Wie wenig ich auf die Idee komme, das zu spielen Was habe ich denn da schon für Drogen genommen? Sollte weniger von irgendwas nehmen Oder mehr Oder von dem einen mehr und dem anderen weniger Irgendwie so Not bad Hm, ihr mich auch Fahrt alle zur Hölle Rassisten Alle die mich töten sind rassistisch Ich mache das bloß, weil ich weiß bin Moment, ich bin schwarz Das verwirrt mich jetzt Was war denn jetzt die scheiß Lightning Gun? Tasten sind soweit auseinander Vom Weg des Dinges überpowert Verarschen kann ich mich selbst Total Erschlaut Außer natürlich den KI hat es Das sieht schon mal sehr gut aus Ja Ich frage, wie viele Videos ich noch So kann sich jedes Mal so laufen Das wäre viel schöner Wenn ich da jetzt stehen, laufe ich weiter Wenn ich da jetzt stehen, laufe ich weiter Komm mal stehen Äh, wo denn schon wieder Da Ich habe ihn gesehen So, ich bin jetzt gelandet Yeah Ich habe einen Kill gemacht Ich sehe, wie ich drauf bin Voll hardcore Bin richtig gut Ja, dass es immer gleich wieder runter geht Das passt mir auch sowas von an Ich sterben Ich bin Dritter mit 3 Jetzt bin ich Vierter mit 3 Toll Ach, wie ich spiele und Spawn Protection hatte Man muss sie einfach hassen Oh, Moment Das ist kein Feind Schade Das ist böse Das ist für mich töten Wie die Botzel einfach mal wissen Was hinter ihrem Rücken passiert Könnt ihr fast mal in die KI ist ungefähr eingestellt Könnt ihr fast mal in die 360 Grad Sicht Auf Nightmare Auch noch fast Du kannst gar nicht schon lang Gut, ich kann zwar Raketen nicht sehen, die hinter mir sind Aber Darum geht es jetzt nicht Ah, gestern Wo bist du denn? Nicht du Den wollte ich doch gar nicht töten Egal Nehm ich einfach mit Nehm ich mit Nehm ich mit Naja, vom anderen getötet War ja klar Gern den Raketenwerfer Und werf dann die Raketen in dein Gesicht Doch mal auf in so einem Scheiß Ja, ihr habt sie voll getroffen Ich hab sie nicht getötet Aber ich hab sie getroffen Ich hab sie doch die kleinen Folge erfeuern können Ich mach irgendwas falsch mit der Knarre Irgendwas mach ich falsch Ich weiß auch noch nicht so ganz was Ich wollte den Raketenwerfer mitnehmen Scheiße So abgetaucht Na oben zur Nächste Nächsten 2 Und jetzt töte ich mich erst mal wieder selbst Ich bin bald schlimmer als die Box Na Ah Sie hat sich nicht von mir töten lassen Kenn ich mal Sie sind die Raketen überhaupt nicht zielsuchend Okay, besser als In diesem Dann sind sie immer noch Da weiß man wenigstens Wo sie hinfliegen Geradeaus Zwar nicht dahin wo ich sie hinschießt Aber darin geht's ja nicht Das wird noch sehr lustig werden Und vor allem lang Ich bedenke, dass mein letztes Open Arena Video so groß war Dass man es auf 1080p und Original Nicht mehr schauen konnte Auf YouTube Ohne dass jeder Browser irgendwie Probleme damit gemacht hat Weil es so groß war Ähm Ähm Hm Nee Lightning Gun Hm Hm Wo geh ich denn nun lang? Ja Und das Video wie lang ging das? Eine Stunde? Eine halbe? Nee Ist gar nimmer Okay Diesmal werde ich ein wenig extrem rendern Dann 90 WU geht es ja Letztesmal habe ich ja nur 20 Stunden oder so gerendert In einem verdammten Video Toll Dann wächst es der Ping gut Ja Schiebst du auch mal? Yeah Ich bin fitter mit 3 Ja Ich bin fitter mit 4 Jetzt hol die noch auf Fütter mit 5 Fütter mit äh Leere Kanone Sehr gute Kombination Möchte ich sagen Eine exzellente Kombination Ich kann kaum in Worte fassen wie exzellent diese Kombination ist Ich weiß gar nicht ob man mal einen Kühler aufhört Aufnehmen hört Hm Ich suck Äh Ich sag gerne Schwänze Äh Anderes Thema Äh Geht hier um was ganz anderem Man wäre nicht mal gern Pferdeschwanz im Mund Äh Ich meine natürlich die Frisur ne Oder sonst Ach komisch würde ich sagen Scheiß Leibdinger Elektro Cut it Ich wohl auch gar keinen Haarschnitt Ich bin glücklich mit meinen langen Haaren Lass mich Hobbybomben Lege halt in Ruhe Es sind mal Aufhänder wegzuspringen und auf mich zu schießen Danke Ich muss spawnen darf man ohne zu sterben Ich wollte schwarz bilden Voll ins Muah Sieht Ich hab die Rüstung Ich hab die Rüstung Ich hör doch schon da irgendwas fliegen glaube ich Nennt sich Hubschraubeer Halb Bär Halb Hub Halb Schraube Moment Hört auf hier Exzellenz zu machen Oder was auch immer Oh Hm Wie die abgehen Wie die abgehen ist doch nicht lustig Ich meine wer spielt solche Schwierigkeitsstufen Ich muss doch total behindert sein im Kopf Yeah ich bin fitter mit 2 kills Ich glaube da werde ich auch bleiben Hm Auf dem 4. Platz Ich kann froh sein wenn ich mal nicht auf dem 4. Platz bin Ich muss halt einfach mal wissen was hinter ihnen los ist Ich muss halt einfach mal wissen was hinter ihnen los ist Ach Ich glaube das nicht auch irgendwo einstellen dass man 360 Grad Sicht hat Das war dann glaube ich die Sicht wo man überhaupt nichts mehr gesehen hat Weil man so viel gesehen hat Hallo wechsel mal die Waffe Hallo wechsel mal die Waffe Ich will auch ein wenig stehen das ist immer gut Ich glaube die Jena da will irgendwas von mir Wenn das nicht sie ist Muaah Killstealer Kann man hier jemanden bannen Da drüben ist die Taste Irgendwo ganz da drüben Sehr weit weg Die Taste in einem sehr sehr weit wecken Ort Oder ist das ähnlich Hallo 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 Ich habe doch nur Hallo gesagt Ein Grund gleich auszuflippen Nein So kann ich gar nicht mitnehmen Ich habe ja noch über Ich sterbe Ich habe mein Aim-Board angeworfen Die sind jetzt kaputt Was so klar ist der mich jetzt erschießt wenn ich da rumgehe Oh ja Keine Spawn Protection ist gleich scheiße Jetzt habe ich jemanden getroffen ernsthaft Ich habe nicht mal gesehen wo ich ihn geschossen habe Ich habe nicht mal gesehen wo ich ihn geschossen habe Was nein meine Mama hat mir nie gesagt dass er das nicht tun soll Meine Eltern sind geschieden verdammt Ich bin zweiter Warum bin ich zweiter Ich bin mir zweiter Es packt jetzt gerade Das war mal megamäßig Hat sich wieder erledigt Buck ist weg Jetzt hat er natürlich schon wieder die Health aufgesammeln Ja genau so habe ich mir gewünscht Stirb doch einfach So zu ärgerlich Hilfe auf, Hilfe auf, Hilfe auf, Hilfe auf, Schild, Schild, Schild Auch wenn es teilweise überhaupt nicht bringt habe ich manchmal das Gefühl Ist halt nicht so wie in Doom 3 wo man halt Hardcore Panzer und Rüstung hat Das ist schon ein wenig anders Das sind Doom 3, die Panzerung und die Rüstung, also das ist schon echt zähes Leder sag ich mal Ist natürlich scheiße wenn wir jetzt zähes Leder auf Warum ist der jetzt stehen geblieben Könnten sie öfters machen finde ich Finde ich schön wenn sie stehen bleiben und nichts tun Willst du mal die Wache wechseln bitte? Danke Hat sich erledigt Ich schließe einfach mal irgendwo hin Ich sehe zwar nichts aber Ich kann auch durch Wände schießen wenn ich fest genug dann glaube bin ich mir sicher Ja Und ich muss mich mal ein bisschen anders positionieren So ist besser Möglicherweise ist es so eh Sei ruhig du Keine Ahnung was du überhaupt bist Japanische Puppe oder keine Ahnung Das ist gar schön Ja ja Jetzt fange ich schon an den Text der Bots zu lesen Wo geht es denn jetzt los Den Max chatte ich noch mit ihnen Ich bin voll der Kumpel oder von der Puppe weiss Bin ich voll krass Kumpel ey Kenn ich schon voll lang die Leute Ich sehe sie einfach nicht Ich sehe sie einfach nicht Ich sehe sie einfach nicht Trifft Kommt die immer dahin wo ich nicht hin bin Äh ich nicht hin Ciao Tutu Tun tu Junge Man lassen sich immer von irgendeinem anderen killen Das machen sie mit Absicht Das ist absolut rassistisch Rassistisches Spiel Ich verklag die Software deswegen Ok habe ich das gemacht Was wollte ich sagen Ich verklag die Software deswegen Ich höre auf hier mit 30 Frames zu laufen Äh 31 Das ist gegen Ich vereine Warum So unfair Yeah Excellent Bringt mir jetzt zwar nichts Aber hey Excellent Ein bisschen mehr Munition damit mitnehmen Yeah Ich soll einfach mal nicht treffen Ich soll einfach mal nicht treffen Ich soll einfach mal keine Munition mehr haben Ey verdammte Scheiße Die Waffe nicht wechsel Oh ich soll jetzt mal auf den Feind schießen Ja Ich werde doch mal was machen Bevor ich erschossen wäre Nein Abgelehnt Verpiss dich Die Karre ist doch scheiße wie alle anderen Aber hey Ich schaffe sie eh nicht lang Von daher macht sie keinen Unterschied Ich höre aus allen Richtungen was schießen Aber ich sehe nichts Das ist sehr problematisch Oh jetzt habe ich fast an die Wand geschossen Nicht so gut wenn man davor steht Voll dämlich Gut dass es nur ein Nebenprojekt ist Hauptprojekt Ich spiele jetzt nur noch dieses Spiel bis ich es durch habe Auf Nightmare Hey 18 Ich glaube ich habe noch nie geschafft Misch du dich mal nicht ein Mensch was soll denn das Was soll der Rassismus Das kann ich den ganzen Tag sagen Das kann ich den ganzen Tag sagen Dass das Rassismus ist Das kann ich den ganzen Tag Das kann ich jetzt gleich über meine Das werde ich auch tun Ich glaube wirklich Ich glaube Jena will irgendwas von mir Ich habe die Führung verloren Das kann nicht sein Ich werde Deutscher Ich verliere auch die Führung nicht Ich werde Deutscher oder Deutscher sein kann Deutsch Wer ist mein Englischer Der ist Deutsch Ich treffe die gar nicht Ich mache irgendwas falsch Ich habe den Cheat nicht aktiviert Ich muss ja doch mal Dämon's Cheat geben lassen Er hat so einen schönen für Quake Life War ja klar Wie sehen wir es noch ein Oder ist ein Bot immer viel besser als alle anderen Manchmal sind es auch drei Bots Aber das ist eher selten Da ist immer noch so ein Noob dabei Wenn drei Bots super gut sind Der möchte ich nicht sein Moment Töte den doch mal jemand bitte Ich habe sie getroffen Sind ich so eine Gatling, Lightning, Schotflint Raketenwerfer kann Die Atomraketen mit Quad Damage oder so verschießen Da spielen wir auch dringende Waffenüberarbeitung Lasst mich mal machen Ich weiß schon was ich tue Keine Ahnung warum er sich nicht bewegt hat Mir soll es recht sein Ich schnapp mir mal der Gelegenheit mal das Health hier oben Wollen wir sie jetzt mal Ei, wächst doch die Waffe Hey, ich bin zweiter Cool Hätt ich doch mal Maul kalten Hätt ich doch mal Maul kalten Aber nein Ich muss ja unbedingt noch irgendwas sagen Grenades Ernsthaft Äh, Sardz, stirbst du mal? Wo bin ich denn dir her? Wo bin ich dir denn her? Warum sagst du mir das nicht? Hey Meine Rassisten sind so Abonnenten, ne? Das ist der Wahnsinn Oh, 10 Kills Neuer Rekord hier Ja, One Frack Ja, war klar Das ist das jetzt Hey, ich bin auf Platz 2 Ich werde besser Boom, Tod Ja Ja Ich bin zweiter Mit einem Kill Gleich bin ich erster mit zwei Kills Ha, war nur ein Witz Ha, sag ich doch Hier glaubt man ja immer nix Meine Abonnenten glauben mir nix Meine Abonnenten sagen mir nix Meine Abonnenten sind rassistisch Das ist doch Toll, das Zerfetzen Das bringt's mir ja, hm So gibt es keine Kills, wenn man Leichen der Leute zerfetzt Es sollte extra Punkte geben Das ist nämlich volles Killerspiel in der Killerspiel-Spiel hier Sollte es extra Punkte geben, wenn man Leichen zerfetzt Wo sind überhaupt die kleinen Kinder, die man vergewaltigen kann? Was ist denn für ein billiges Kinderspiel-Spiel hier? Mensch Hat ja RTL gar nix zu berichten Dann müssen sie sich wieder so viel selbst ausdenken Das ist doch nix Ja Du stirbst natürlich nicht, ne Ich sterb doch bloß nicht, weil ich schwarz bin Na gut, in Wirklichkeit bin ich braun, ne Ich sterb doch nur nicht, weil ich Rassist bin Das klingt jetzt irgendwie scheiße Ich hab aber keine Glatze, verdammt Ich hab auch kein Schnurrbart Ich bin nur halb so braun, wie ich gern wär War ja klar, dass das passiert Es war so klar Aber schön zu Oh, was zur Frame-Einbruch, aber Der war schön Ich hab noch irgendwen getroffen Ich weiß nicht wen, aber Ich hab noch niemanden getroffen Das ist ja alles, was zählt Ach, leck mich Meinem Arsch Boah, warum hab ich auf einmal so einen vollen Frame-Einbruch Was ist denn das jetzt? Fass dich mal wieder Jetzt ja Gut Ist nicht schön Nicht schön Jetzt haben wir wieder, keine Ahnung Neue Frebser da angefangen Nein, da wird es dauernd so ruckeln Wird er WG captured, der muss ja permanent neue Dateien anfangen jetzt Bei maximalen Qualität sein Hallo, Waffe wechseln Das ist wieder diskriminierend, nicht gut Weiß nicht, wo ich lang muss Hör mal jetzt schon wieder Frame-Einbrüche Festplatte defragmentieren Ich hab noch genug Platz auf der Festplatte Ich hab ja Vorhin erst wieder 300 Gigabyte aufgenommen Knapp So eineinhalb Stunden Wie sieht's denn aus, gott technisch Erstaunlich positiv Macht mir Angst Das macht mir sehr, sehr Angst Das bedeutet letztendlich nur, dass ich Stoße infiliere Ach, ich hab nicht gesehen Ich muss sehen, wenn der Rakete ausweichen ist, sind zwei unterschiedliche Dinge Zwei sehr unterschiedliche Dinge Ja, jetzt hab ich auch den Blitz Das ist doch ein Witz Ah, Frame-Einbrüche Warum? Immer noch Platz 4 mit 10 Das ist nicht gut Und ich hab unbekannt Frame-Einbrüche Warum auch immer Aus unbekannten Gründe, wollte ich sagen Verdammt, wer hat ihn jetzt gekillt? Irgendes Arschloch Verdammt, ich Ach, was ist denn jetzt mit der Frame-Reit los? Die ganze Zeit ließ doch so, ich glaub Jetzt hab ich 60 Frames Na klar Was ist denn das jetzt? Muss ich jetzt mal nachschauen, was das jetzt ist hier Passt irgendwas nicht Ganz und gar nicht So, keine Ahnung, was da los ist Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt besser läuft Festplatte ist noch 700 Gigabyte frei Daran kann es nun mal nicht liegen Also mein Prozessor kaputt Was passiert da, wenn wir Prozessoren Gott, bin ich gut Oh, er leckt mich Granate, dafür bedroht er mich Braucht er wegen Health oder so Halt, die da wollen wir haben Und wo war ich? Ja, wenn man CWUs betreibt Die nicht aufs Bord Unterstützt werden Ich hab den Lieder geteilt Oh, das ist ähnlich Was immer das Spiel mir sagen will Voll tight, Baby Ach, ja, der hat schon das 6 Kills Auf einmal Ich darf den echt nicht die Lightning angeben Stell ich fest Boah Was ist das auf einmal für Framer in Brüche 20, was soll der Scheiß 30, permanent Schön, wie es danach gleich erstmal wieder auf knapp 60 hoch geht Und dann wieder auf Ah, auf damit Was war das denn jetzt? Trotzdem nicht gegenseitig dumm an, hey Ah, es lief doch gerade so gut Jetzt kommt diese Scheiße Ich will aber los und das RGB-Caption nicht ausmachen Und jetzt hab ich 60 Frames Was geht denn jetzt kaputt? Ich soll aufhören meine Munition zu verballern Wenn ich sowieso nichts treffe Toll, ich bin nur noch fitter Wie es jetzt absolut überhaupt immer stabil läuft Was ist denn das? Ich hab ihn doch getroffen Ich hab ihn getroffen Das hasse Ja, really Ja, wirklich Will ich mir jetzt nur ein Oder wird mein Kühler gerade so leise? Oh, was sagt denn die Feske Ach, das lenkt mich ab Das ist schlimmer als die Gegner Ich wüsste gern warum Ach, ja Super Jetzt hab ich nur die Scheiß genannt Sind alle Scheiße Wo hat er sich scheinbar wieder gefangen? Wechsel auf die Waffe Hat sich nicht gefangen Es wird eher noch schlimmer Nee, nee, nee I lost the lead Oh, jetzt tritt mein Kühler auf Sieht doch mal so richtig auf So Ich weiß doch mal, was er kann Nee, gib's mehr Ich steh drauf Was ich hier schon kommen Ist das Ding in einem halben Jahr Einfach wegplatzt Jetzt wird er draufgeklödelt Ich bin Nee, da ist nix in der Luft rumgeschrieben Hey Das war meine Ich brauch mal wieder Mega-Health So war das jetzt nicht geplant Health Motionen bei der Gelegenheit auch mal wieder Nee, nicht den da Ah, ich brauch Ich brauch Ich brauch Ammo Ich brauch noch mehr Health Also Ich will das Verlier gegeben Zum Fundamt Vielleicht haben sie da was liegen für mich Ich hab die Lieder voll geteilt Ich bin voll tight und so Müsst du mal sterben bitte Danke Wechsel halt die Waffe Hat ja auf einmal so viele Kills her Von einem anderen killen lassen Na ja, klar So rassistisch die Leute hier Ach ja Wie treffen die immer so genau Ich darf denen echt nicht den Laser geben Ich darf denen überhaupt keine Waffe geben Na, jetzt hänge ich natürlich an der Wand fest Herrlich Herrlich Ja, ich bin Zweiter Kennt ihr die Runde übrigens schon? Habt ihr jetzt noch nicht so oft gespielt, ne? Vielleicht kennt sie ja immer noch nicht auswendig Also, ich kenn die noch so gut wie gar nicht, ne? Hä? Da ist sie Schlampe Deine Mutter, ey Deine Mutter, die die verloren, ey Ach Das spawn ich natürlich wieder da unten, jetzt klar Das spawn ich mal da, wo es am beschissensten ist Hm Schon wieder Hör auf und lass dich beschreiben, du scheiß Festplatte Ups Ich muss mich mal wieder demagnetisieren Mit einem großen Industrie-Diamant Industrie-Magneten war ich natürlich Bist wohl nicht bis zum Helf gekommen, was? Hm Nicht an Wände stellen, wenn man von Raketen beschossen wird Boah, ich hab bei einem wieder Schufflinge getötet Bin ich gut, oder was? Jetzt wird das Ganze wieder so leicht unflüssig Wie die Kahn drin nimmt Ah, komm schon Die Reichweite ist ja voll begrenzt Der Mann erzählt mir irgendwelche scheiße über hohe Reichweite Und extrem ein Schaden Boah, wie das Bild eben einfach mal stand Was soll der Dreck? Ich hab da schon wieder die Lightning Gun Wer schießt damit schon wieder auf mich? Das ist nicht nett Eben lief's doch noch so schön flüssig Ich bin gleich mit 30 Frames auf 60 Frames auf Dann läuft's bestimmt besser Boah Boah Also irgendwas muss ich machen Sonst das Snuff zunehm ich richtig, richtig fest Ich weiß nicht mal warum Keine Ahnung Es geht wirklich richtig auf den Sack Das stimmt doch da nicht So, einfach mal ein paar hundert Gigabyte gelöscht Vielleicht geht's ja jetzt besser Wer weiß das schon Wer weiß das schon Sieht doch erstmal ganz gut aus Mit einer was von mir glaube ich Ah, den hab ich nur eingebildet Mein Kühler bläst richtig schön Ich glaub der mag die Belastung Die meine Zybu hat grad Da muss das Ding nicht ziel suchen Ich hab die Lied geteilt Was? Wo hab ich's denn verloren? Ich muss sie wiederfinden Wo hab ich sie noch hingelegt? Das ist nicht so einfach zu herausfinden Wo ich die hingelegt hab Ja, ganz toll 1 zu 3 Nein, das ist noch nicht mal eine KDR Was sind denn die alle? Sonst rennen sie doch auch mal hier irgendwo rum Jetzt natürlich nicht Jetzt bin ich hier Würde ich auch nicht hier rumrennen Sterbst du mal bitte? Das ist so krank Ach man Schwierigkeit ist doch krank Dann spielt doch keiner Wo haben sie denn integriert? Ich mein echt Wir müssen geist zurückgeblieben sein Um den Schwierigkeitsgrad zu spielen Das ist total bescheuert Den zu spielen Die dümmsten der dümmsten Spielen doch den Wasser Bitte vorher anmelden Haben die denn keine Manieren hier? Oder wächst doch mal die Waffe Wenn ich keine Mönchungen mehr für die eine hab Ich bin doch ausgewiegen Ich wundere es ja, dass ich keine dummen Kommentare beim letzten Video bekommen hab Ich glaube ich habe so gut wie gar keinen Ich glaube Hat Dämon was dazu geschrieben? Ich glaube nicht Bin mir gar nicht so sicher Bin mal gespannt wie groß der Teil dieses Mal wird Hallo Hey Ja Will ich mir das nur ein oder gehen die meist zuerst auf mich? Willst du ein? Willst du ein? Hallo Einbildung Hey ich war Platz 3 Ich bin Platz 4 Sollten wir ändern Ich habe voll ins Gesicht geschossen Ich bin Platz 4 Auch deswegen los die vorne weg Ich bin übrigens Platz 4 Schon mal gar nicht so schlecht Wenn man gegen 100 Leute spielt Also wenn man gegen 100 Leute spielt Ist Platz 4 schon mal echt gut Muss man schon sagen Kann man Mit Kenner widersprechen Die anderen 96 Denken wir uns einfach Toll Toll Ich brauche ganz schnell half Zu schwer Könnt ihr natürlich auch mal die Treppe daneben Also Um mal in die schöne Gnade zu kommen Wie sie sich wieder von mir mal anders killen lassen Ist doch einfach nicht schön Muss doch wirklich nicht sein Bleibt doch einfach mal stehen Einfach Einfach ruhig stehen bleiben Nicht bewegen Ganz geschmeidig Shotgun Es war klar Dass das jetzt passiert Mein Ernsthaft Das Ruckeln hat mich voll rausgebracht Können die überhaupt so rückwärts springen Das kann ich nicht oder Kann ich das Ich habe einen neuen Weg für mich entdeckt Ich bin stolz Er verrückt mir zwar jetzt direkt mal nix Aber hey Ich bin gut Also theoretisch Würde ich nicht spielen Als hätte ich zwei Tassen Kaffee getrunken Texas Art Dann ging das Da noch einer So wollte ich das auch genau auch wieder nicht wissen Achja Dann wird das Rennen dann wieder so richtig schön lange dauern So richtig schön lange Trotz meiner neuen Ziel Und der neuen Einstellung Ey Bist du nicht tot? Keine Spawn Protection Ist scheiße Was? Nein Ich bin wahnsinnig Da rumzuspringen Wie doch eine laufende Zielscheibe da durch Manchmal auch eine Stehende Aber darum geht es jetzt nicht Ich dachte da wäre er ne Aber ich habe mich getäuscht Bei der alten Oma am Straßenrand Bei der alten Oma am Straßenrand Bei der alten Oma am Straßenrand Da ist ja noch einer Eine Eine Wie auch immer Die chinesische Barbie Pube da Warum das darstellt Stirb und sei ruhig Sie dürfen sich jetzt den Tode beugen Ich habe dich auch lieb Ich habe sie noch mal getötet Das ist kein Grund auf mich zu schießen Was wohl ich schwarz bin Das ist doch Discrimination Ja Ich habe Sarge voll ins Gesicht geschossen Oh Ich töte mich jetzt erst mal selbst Ich habe zu viele Punkte Dann muss ich mich erst mal selbst töten Kennt ihr ja bestimmt Wenn ihr nicht zu viele Punkte habt Tötet euch doch einfach mal selbst Das ist wildbare Wunder Oh ich habe ihn tot bekommen Ich habe mich selbst überrascht Ey was ich habe die doch mitgenommen Ich habe nicht so Scherze mit mir Vor allem solche die nicht lustig sind Macht man nicht Oh Ein dritter mit 6 Kills Ich bin erst damit Ah wechsel die Waffe Ah das kommt doch von hinten Wer war das denn Schweine Das ist nur schön Ich meine ich mag es ja wenn ich von hinten komme Aber wenn andere von hinten kommen Das ist nicht so schön Ich meine wer mag es nicht Wenn er selbst von hinten kommt Super Wie machen die immer so schnell die Kills plötzlich Und vor allem wo Die sterben Komm her Ah fuck Ah scheiße Nicht 10 10 14 Kannst du bitte mal sterben Haben wir auch noch mit Danke Wir nähern uns Schritt für Schritt Bis von mir die Framework wieder einbricht Das lässt sich wieder von irgendeinem anderen killen Das macht die doch mit Absicht Diese Rassistin Die ist so rassistisch Bloß weil sie weiß ist Sollte vielleicht nicht stehen bleiben Ach Ivo Stehen bleiben ist immer gut Jetzt kommen wir schon wieder andere Ne was war mega alt mit Ah ja so klar Was der will nicht gleich den hat Soll ich alle um die Knarre prügeln Ob die irgendwie gut wäre Ich benutze die überhaupt dann Die ist total scheiße Ich block jeden der was anders behauptet Der Mon kriegt ja eben Block von mir Den entblock ich nur um ihn wieder zu blocken Ich finde ich irgendwo so ein Quad Damage oder so Falls versteckt Das war doch ne feine Sache Vier Toll Die hole ich nie ein Die schon um die Ecke kommen und los schießt Schöne Sache das Sehr schöne Sache Hä Wo Kannst du mal sterben Danke Zwar ne halbe Stunde nachdem du tot bist Ich hab's gesagt aber For sure So'n sch... Jetzt ist schon die kack Waffe Na stirb Weck mich Das Waffenwechsel immer so lange dauert Das erhört mich Komm schon Wir sterben War klar Ja ich fragte schon Sie öfter mal die Runde spielen So spannender wird das Let's Play Deswegen spiele ich die Level auch so oft Was dadurch so spannend wird Ich mein ihr wollt jetzt alle das Level ganz oft sehen Das ist ja auch nicht das einzige das ihr ganz oft sehen sollt ich war Äh sehen wollt meine ich Ich werde das auch deswegen noch ganz oft sehen Ich werde das auch deswegen noch ganz oft sehen Ich werde das auch deswegen noch ganz oft sehen Scheiße Ah fuck Ah fuck Ah super Ich geh immer so ab wenn sie die Knarre haben Ja leck mich Leck mich einfach am Arsch Ich will nicht den Kack Granat werfen Wieso ist der überhaupt da? Wow Es war klar dass das jetzt wieder passiert Ich bin mir offen so rassistisch zwiebeln sterbt doch einfach mal Nein ich hab zur verfehlt Hier hab ich die nicht gekillt Vor allem womit? Aber jetzt nicht mit Granaten darf sie nicht an diese waffe lassen ist es einfach vorbei hast du diese hände da mal so reichlich unfair finde ich toll ist wieder halb tot super 2 milliarden leute rum und ich krieg wieder keinen so zum kotzen mal sterben natürlich nicht super aus naja wow das kennen wir noch gar nicht die zähne es wird immer viel viel spannender je länger ich das spiel wie ich hab die jetzt noch getroffen die mich verarschen oder so jetzt habe ich den einen noch getötet klingt mir jetzt von nichts weil der andere jetzt gleich die lightning gun hat aber was schick mich schießen wir mal die granaten runter vielleicht treffen wir irgendwas ja keine munition mehr super zum mal die ganze munition schon wieder drauf gegangen ganz toll vorsicht nicht dass ich mich selbst kill warum krieg das keine punkte würde ich so oft schon gewonnen haben mal wie sind denn da drauf gekommen aber ist ja da oben rum gesprungen habe ich jetzt nicht genau gesehen ich bin leicht abgelenkt ich werde abhauen ich glaube es nicht feigenschweine oh ich häng schon wieder an der wand hm das nicht nur mit meinem körper sondern auch mit allen den flüssigkeiten darin super nicht schön nicht schön und nie ist einer da wo ich bin es sei denn wenn es darum geht mich zu töten dann sind sie natürlich immer da und um mir die kills zu klauen da das geht immer jederzeit überall immer nur komm schon stirb doch mal ja um mir die kills zu klauen sind sie natürlich wieder da wo sind sie immer da wo sind sie immer da jetzt habe ich die ich schieße einfach mal irgendwo hin das passt schon so lightning bisschen shield habe ich noch boah irgendwann muss ich doch mal die erste runter wenigstens gewinnen nein da wollte ich doch nicht runter naja ach warum geh ich denn da lang ich geh doch da lang erstmal sehr elegant total beschissen sprung feine sache sehr feine sache gibt es da nicht irgendwelche inis die man modifizieren kann gleich mal loslegen hier ich bitte töten du ziehst da nicht rüber boah ich bin getötet gott nicht gut ich bin so gut wenn mein skill penislänge wäre wäre der unglaublich lang was er auch ist hahaha sein skill ist gleich penislänge ist ja noch eine sei tot sei ein braves mädchen und sei tot sei braves helfen erscheine ich bin gott ich bin fehler ach vergiss es komm schon ich will ihn was war das jetzt eben lag keine lags lags sind böse beziehungsweise moment wenn es ruckelt ist böse lags kann es ja nicht ich spiele nicht online ich spiele mit ping von 0 online hab ich immer wenn ich online spiele ping von 0 also ist ganz normal bei mir ich habe da nämlich eine 200 gigabit ISDN anbindung wie schon wieder beschossen wäre von 2 gleich ja einer reicht ja nach dem spawnen noch nicht wie ich wieder herrlich treffe komm mit dir mal her aber zu jetzt holen gebüsch halt falsche richtung aha spring doch dummer depp Tor los lustig das müssen Menschen sterben was? wo denn? das war so klar dass das jetzt passiert Rüstung so erst mal ein kill machen fühlt mir sich gleich viel mächtiger machen wir gleich noch ein kill um unsere mächtigkeit mal mächtig zu unterstreichen was? ich hab doch ich war doch auf dem helft gestanden aber ganz sicherlich war ich da drauf gestanden so drauf gestanden ich wie man nur draufsteher ich kann gestanden ich da drauf ich mein kühler dreht wieder auf was? nein oh jetzt aber mal so richtig du den bots darf man diese waffe einfach nicht geben kann den bots dich verbieten sie könnten sich öfters mal selbst killen so aber für mich ist es wieder keine Waffe da doch kann ja nicht einer nach dem anderen kommen und hier gehen keine manieren schieß halt schneller das ist keine Gatling Raketenwaffe ich schieße aber nochmal nach wer jetzt noch einer ist oder nicht können wir ja später noch prüfen hast du wie weg? naaa ich hatte sie doch grad und die Lecks sind wieder da ja ja hast du hey komm dir die jetzt wieder her hör auf ich brauch stabile Frames um spielen ach sind das schon wieder boah hör auf Mensch ich hab doch erst die Festplatte geleert hm jetzt hat mir wieder irgendjemand anders gekillt und ich lieg wieder kilometerweit zurück war überhaupt immer Tapp unten rechts stehst du auch hm ja 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 hau ab sie bloß nicht von mir killen slowdown hm na also toll toll die Leichne ist weg nein sie ist wieder da nein sie ist wieder weg ja gewinn ach es ruckelt das ist der Wahnsinn mal sterben mal sterben mit gehst du mal sterben war nicht ich gemeint geh sterben hm hm da hab ich zwar eh nix na boah es ruckelt ist nicht mehr feierlich da muss ich jetzt durch glaube ich nicht mehr auf den Lied geteilt auf den Lied geteilt ex die Wache hab ich sie noch getötet nein verdammt ja nice toll wir brauchen noch 2 Kisten zu gewinnen was ist das denn schon wieder hm leck mich super 12 neuer Rekord ey und gleich hab ich verloren war ja klar hey ich hab 200 Fracks ich spiele übrigens immer noch die erste Hates halbstabiler scheiß Framerate sind das jetzt schon wieder das kotzt mich an kann man gerne durchschreiben ich hab's doch noch berührt Rassismus alles bloß weil ich nicht weiß bin ach ja ach was ist denn des kann doch kein Mensch spielen deswegen ist das konstant niedrig bleiben würde aber nein das muss ja sich bewegend niedrig bleiben also hin und her schwanken ich hätte jetzt gern mal scheiße der kommt jetzt bestimmt daher oh ist das jetzt wieder von irgendeinem anderen killen um nicht von mir gekillt zu werden ja schon wieder 8 im Prinzip gleich so machen wird es viel schneller so jetzt holen wir es auf sneaker health dann töten wir die Schlampe mal ah stirb doch du lebst ja noch so geht es zwar nicht sterben geht anders ich hab sie doch oft genug gezeigt oder nicht super ich brauch Munition ich hab sie getroffen ich hab sie nicht mal gesehen jetzt brauch ich mega helfe aber schnell mega helfe ach schön ach scheiße ist langsam abgetaucht hört auf das Böse was ihr da macht und was ich mache ist unglaublich langweilig woher kommt denn der da rauf wahrscheinlich so wie ich da runter komme spring das ist ja exzellent so habe ich es gemacht aber schön wie man eins der Knarre passiert auf voller Munition hat stirb wie ist ein mindere Existenz du nach dem anderen alle gleich zeitig stirbst du auch mal nein ein deutliches aber klares nein deutliches aber klares mhm was zur Hölle was soll der verfickte Scheiß pfff im gefächs die Treppe hält doch mehr aus als ich gibts zu die haben mehr helfe bloß weil sie weiß sind na komm her bist du denn ich geh von meiner mega helfe weg das war meins da stand schon mein Name drauf und alles dreckige Diebe hier ich werd beklaut so gewinn ich auch nicht wenn ich die andere mitklauen könnte super ich kann nicht angreifen ich kann ja auch nicht stehen bleiben ja toll kann ich mich mal kratzen auch bringen wir grad rück und dann freuen dass ich tot bin aber die Framerate ist wieder stabil ist doch schon mal was ach hätte ich doch lieber nichts gesagt ach stirb doch was soll denn der Dreck gegenwaffe eigenen gun einen bereits verletzten Gegner der auch mal stirbt der auch mal stirbt ach da ist ja noch einer ach leck mich mach ich doch ist doch nicht so ganz so wie ich gerne hätte aber warum komm hab ich jetzt ständig Frames Drops am Anfang ist das so schön und zwischendurch noch mal und jetzt ist wieder alles leck mich warum hab ich die jetzt nicht getötet hat er sich wieder selbst getötet hat er sich wieder selbst getötet na alles auch tot aaa leck noch mehr oh mega helf kann ich das gut gebrauchen und dann schauen wir mal da runter nein nicht heiden was heißt ich hab sie verloren leck mich extra die Waffe ach komm was hat er auf einmal 6 kills her oder die oder was auch immer Fickt euch doch einfach ins Knie Fickt euch doch endlich ins Knie super seid ihr schon 10 kills ich bin ja schon wieder tot Rüstung stößt du bitte mal die lebt ja immer noch ich hab das Lightning Gun wo hab ich das denn her ja ganz neu ALEK ach ruckeln ach was auch immer mir scheißegal geht auf jeden Fall in den Keller und das sind die schön Killsteal ja Fick mich ja das ist auch ein unglaublich gutes Kommentierung dazu ne unglaublich spannend auch dass es auch überhaupt nicht irgendwie mitten in der Nacht ist und ich schon seit schon dein Leck ruckeln hab so ach ach leck mich doch ach leck mich doch ach was ist ein Grund warum ich immer hier starre ach 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 weißt du den hab ich nicht getroffen beim ersten Mal so in der Scheiß steuern ach er kommt natürlich gleich wieder es war ja klar nur um mich zu ärgern einziger Grund warum die Gegner mich töten ach ach was zur Hölle ich bin noch getötet keine ahnung ach die Framritter teilweise rumeiert Was schießt denn der da? Was ist denn der da? Er schießt, damit treffe ich nichts. Also darf er damit auch nichts treffen. Mit vier. Mit vier. Weck mich. Oh, Framerate. Bleib stabil, verdammt. Schießt schon. Oh, Alpro ist mega high. Auf zum Ruckeln. Das ist nicht schön. Jetzt gibt es... Jetzt habe ich hier ein echtes Problem. Hä? Nein, jetzt habe ich mich wieder selbst gekillt. Ganz toll. Großes Kino. Oh, das ist kein Kino. Warum geht es jetzt nicht? Könnt ihr euch nicht mal irgendwie günstig hier alle aufstellen? Oh, du scheiß Framerate. Bleib endlich mal stabil. Oh, du scheiß Framerate. 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 Was ist denn des? Was ist denn des? Es lief doch so stabil am Anfang. Was macht das weiterhin? Dreck, dummer. Was ist denn des? Lalalalalalalala. Lala, kein Schwein da. Was sind sie denn jetzt schon wieder? Ah, wie bin ich denn? Boah, ich bin schon wieder fitter, toll. Ah. Hallo, nimm mal mit. Ah, so. Leck mich da auch. Beziehungsweise ist das nur ein Nebenprojekt. Schießt das mal auf den anderen. Der ist führend, der hat die bessere Waffe. Nein, auf mich gehen sie immer erst los. Ah, ein Frametropper rum. Scheiß Festplatte. Ich brauche eine neue. Schickt mir eine neue. Das Beste, was auf dem Markt erhältlich ist. Egal wie teuer es ist, ihr zahlt es. Auf B ist es nicht gut. Warte ich jetzt noch auf das? Das war keine so gute Idee. Ja, ich brauche es nicht zu halten. Ich stand gleich nochmal neu. Ich bin so feliz. Ich schiebe dir in den liegenden Arsch. Hallo? Ach, vielleicht war das auch stark begrenzt. Kann das sein? Treffen die Bots damit immer so gut? Nein, das habe ich mir im Moment gedacht, ich habe mich wieder selbst getötet, aber diesmal nicht. Ah, bleib stabil! Oh, er stirbt wieder nicht. Jetzt habe ich 60. Ja, und jetzt habe ich wieder 20. Ja, 25. Ja, ich glaube, ich verschiebe das mal. Ich muss da mal aus dem Rendervorgang oder so stoppen oder abbrechen oder... Ja, so geht das nicht weiter. Ah! Vielleicht ja jetzt. 200 Kills. Wenn nicht, muss ich schauen, was ich immer mache. Das ist so auf Dauer nichts. Kürzes Rindler probieren wir noch. Und wenn es wieder nicht klappt, dann höre ich für heute erst mal auf. Ja, du mich auch. Ah, ah. Ich muss das Render wirklich, glaube ich, komplett abbrechen jetzt. Ich brauche noch eine stärkere CPU. Schick mir eine stärkere CPU. Was ist das für Rüstung? Ist die gut? 100. Wenn die Rüstung hier nicht alle so völlig sinnbefreund wären. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ne, wo denn? Wo kommt der denn jetzt her? Ah ja, ne. Das wird nichts. Ich weiß nicht, warum. Ich setze es nicht mehr wild, aber... So, letzter Versuch. Ich nehme schon wieder bald zwei Stunden auf. Zwei Stunden. Wie soll ich das Video hochladen? Zwei Stunden. Das Video muss ich ganz besonders heftig rendern, glaube ich. Wenn ich mal überhaupt nicht ziele, dann treffe ich auch noch. Na Gott, sie ziehen ja eh nicht. Die treffen einfach nur. Scheiß Cheetah. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, das ist aber nicht nett, was du da machst. Ganz und gar nicht nett. Komm her. Ich krieg dich. Hätte ich mir die ganze Welt bereiten können muss. Hätte ich es doch lieber nicht gemacht. Hätte ich noch selbst gekillt. Hätte ich noch selbst gekillt. Was? Ich hab doch... Ich hatte doch die... Leck mich. Ich hatte sie doch mitgenommen. Super, da runter zu gehen ist total nutzlos. Weil man nie wieder raufkommt. Lebend. Wie kommen die immer wieder da rauf? Wie machen die das? Cheetah allesamt. Nein, greift euch gegenseitig an. Lass mich in Ruhe. Oh, mein Mikrofon. Na, wie ist es eingetötet? Bleiben noch 10. Kann ich schon wieder mit. Ha. Oh, das ist mega hell. Ach, knapp. Aber ich hab's noch. Ha, ich... Mua! Könnt ihr nicht mal jemand anders als mich töten? Nein. Das ist auch eine Möglichkeit, die Lightning anzubekommen. Kommt der denn jetzt wieder her? Nicht schon wieder. Ist einfach nicht schön. Ich glaub, das merkt man richtig... Das wird man auch im Video richtig sehen, wie es runter geht, die Framerate. Ich brauch noch 7. Wie kommen die da rauf? Oh, warum sterbt ihr nicht? Hör auf zu lecken! Kommt nochmal. Jetzt ist es endgültig Feierabend, glaub ich. Jetzt leckt's nur noch. Bin mal gespannt, wie groß das Video dieses Mal wird. Schnappen wir uns noch mega hellf. Jetzt hätte ich gerne noch 200 Rüstung. Wechsel die Waffe, Mensch! Mann! Kotzen. Ich wüsste nicht. Ich muss jetzt mal wieder alle... Darf ich vielleicht erst mal was machen? Wo er mich erschießt? Ich hätte gern die Lightning. Ich hätte gern die Lightning. Ach ja, genau. Springt drauf, schießt einmal mit Wasser, schießt ich was auf mich und ich bin tot. Wie machen die das? Geht doch gar nicht. Kann doch gar nicht sein. Jetzt ist wieder kein Schwein da. Eine Rakete in die Fresse. Genau, was ich mir gewünscht hab zu Weihnachten. Stattdessen hat man mir wieder Socken geschenkt. Was? Mit einem Schuss. 200 Hälften. Ja, genau. Hallo, nimm mal die Lightning dann auf. Scheiß-Drecksding. Ich muss mal aufhören. So zu ruckeln. Ich trepseln da schon wieder rum. Ich wollte doch die Hälfte aufsammeln. Schnell, ich brauch eine Waffe, bevor die wieder hochkommt, ey. Kotzgleich. Ah, auf! Und da was ist natürlich wieder keiner. Oh, man kommt da... Ey, man kommt da nicht mehr raus, ne? Das kannst du vergessen da unten. Super. Jetzt hab ich moment lang gekauft, ich würd gewinnen, aber... Ich hab's jetzt vergessen, ey. Super, ich schweb vier Kills voraus. Ja, brauch noch zwei Kills zu gewinnen und jetzt fünf Kills voraus. Toll. Das gewinn ich wieder nicht. Nächstes Mal wieder die Waffe, danke. Das ist kein Health. Super. Oh, ich brauch noch einen Kill. Leck mich. Kann ich sie nicht mal selbst töten oder so? Geht's doch nicht. Toll. Ich brauch noch einen Health. Viel Health. 100 Health. Nämlich. Zehntausend haben wir zwar lieber, aber... Ist wohl nicht drin im Budget. Hm. Können wir noch mal jemand anders töten? Ich würd gern mal diese Waffe hier. Besten Dank. Ach, komm! Lass mich halt auch mal gewinnen. Ja, schön. Wenn wir in der Forst bauen, wird einfach stirbt. Ich weiß gar nicht, wann ich das hochladen soll. Ich lieb schon, keine Ahnung, drei Stunden oder so auf. Ich hab immer noch nicht einmal gewonnen. Doch, Mega Health. Ja, Mega Health, ihr Rassisten. Schnell. Mega Health. Och, leck mich doch. Das war so, klar. Das Mega Health auch nicht kommen muss. Ja, toll. Das ging ich auch wieder nicht. So. Mega Health ist wieder da. Ich will mich doch in Ruhe. Super. Ist mir egal. Ich hab praktisch nichts gebracht. Nix in den. Ich hab wieder ein Echel in die Fessel. Super. Ich hab schon wieder Health. Und da liegt so wenig rum in der Runde. Hier liegt nur Scheiße rum. Krieg. Mal wieder nicht das, was ich brauche. Third place ist 5. Toll. Wird ich gleich wieder erschossen, bevor ich das Mega Health bekommen habe. Ich hab's ja mal vollgebracht. Toll. Das war super. Mega Health hat's ja mal vollgebracht. Ja. Toll. Ich überlebe hier aber keinen Kampf mehr. Und jetzt wieder verpissen. Und ich laufe voll die Rakete rein. Warum nicht? Ah. Diese Einbrüche der Framework hasse. Na, wie gesagt. Ich hab's nicht noch selbst gekillt. So, Waffe. Leck mich. Ich kann ja gleich die Blade draußen neben uns spielen. So, Gebenwerfer, Rüstung. Was muss ich hier tun? Das ist stabiler. Nein, da nun da wolle. Nein, da komm ich nie wieder raus. Lebend. Überraschenderweise doch. Interessant. Jetzt ist es überhaupt ausgedacht, dass die Rüstung, wenn man über 100 hat, wieder auf 100 zurückgeht. Der kann doch auch schlagen, oder? Da war noch einer. Ex-Lady-Waffe. Ich kann es nicht auch noch manuell machen. Das ist pure Überforderung für mich. Super. Moment lang läuft's und gleich fliege ich eh wieder. Nein. Ich wollte noch eine Rakete in die Fresse schießen. Wenn ich jetzt hier den Kill nicht kriege, aber nee. Ach, komm schon. Das läuft einfach nicht. Leck mich. Ach, bleib doch oben. Super. Jetzt verliere ich wieder. Jetzt verliere ich wieder. Das vergesst. Jetzt verliere ich wieder. Man. Ich muss auch wenigstens einmal gewinnen. Einmal. Ich will mich mal mit. Und dann geht's wieder runter. So, der Lightning Gun da oben. Ist nicht mehr da oben. Oh, dann bleib ich auch nicht da oben. Oh, stirb doch. Einfach alle. Verdammt, ich brauch mega Hilfe. Genau, was ich brauch. Genau, was der Arzt verschrieben hat. Ich bin schon immer noch das Zweite. Ach, leck mich. Ich kann dazu einfach nicht mal sagen. Stirb. Ach. Gehen wir da. Tot. Toll. Ich natürlich auch gleich wieder. Ich würde gerne mal gewinnen. Einmal. Nee, nicht schon wieder einer mit Lightning. Wo denn? Ach da. Leck mich. Das war natürlich wieder der Führende. So, letzter Versuch. Wenn nicht, reicht's für heute. Ich habe wieder ein schönes Video. Das zwei Stunden oder so geht. Drei oder nicht. Hallo. Na, also. Jetzt holen wir noch das Super Health. Dann nichts wie ab ins Gezimmel. Ich habe Super Health. Ich müsste derjenige sein, der gewinnt. Natürlich nicht, wenn ich gegen drei verschiedene kämpfen muss. Wie immer. Lightning ist natürlich schon mal weg. Super Health ist auch keins da. Ich bin des Todes. Ah. Boah, ja. Sieben Stück. Spinnst ja wohl. Lass dir immer auf mich gehen. Achso. Spinnst wohl. Kommt schon wieder. Entscheide dich, ob du jetzt abbauen willst oder sterben willst. Ah, ist das scheiß Munition. Nicht mal lustig. Ah. Ich spaw natürlich direkt vor dem Gegner mit Raketenwerfer. Vielleicht auch langweilig, wenn es anders wäre. Hat er noch einen getötet? Ich glaube schon. Ach, leck mich. Es lässt sich wieder abknallen. Was? Ich hoffe es doch selbst nicht. Nur aber letzter Versuch. Reicht. Das Video muss ich ein bisschen stärker komprimieren. Ich muss überhaupt annähern, ob die Teilgröße passt. Was ist denn jetzt los? Ah. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt habe ich hier Zeitlumenmotors. Ich wünsche, das würde ich nicht mehr so lecken. Aber im Fallen tut es mir überhaupt nicht. Hallo, wechsel doch mal die Waffe. Diese nicht kugelsichere Rüstung ist auch für den Arsch. Aber total. Hallo. Sterb. Bleib tot. Kindlich oder gegenseitig. Leider kein Minus von ihm. Oh Mann, 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 Mann. Ich brauche Mega-Health. Dass ich nicht da ist. Wie immer, wenn ich es brauche. Oh, ja, 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 ja. Puh, der war knapp. Der war knapp. Und es ruckelt wieder. Das ist doch nicht lustig. Wenn der Scheiße mal aufhören wird. Ah. Das lief doch am Anfang so schön. Stab Bier. Ah. Was soll denn der Mist? Super. Ich habe nur noch sieben Health. Und kein Mega-Health ist da. Oh. Boah, ruckelt das jetzt. Jenseits von Gut und Böse, nu. Soll ich jetzt überhaupt noch was treffen? Ja, wechselst du mal die Waffe, wenn sie leer ist, bitte. Danke. Oh, ich bin tot. Boah, ja, ruckelt noch mehr. Genau, was ich mir jetzt gerade wünsche. Ich habe gedacht, ich bin noch treffen. Oh, ich brauche wieder Mega-Health. Mega-Health. Hm, neck mich. Hm, steh'n Pistole hat einfach keine Chance gegen die Gegner. Und mit Raketenwaffe auch nicht. Ach, stirb halt mal, Mensch. Ich habe einen Moment gedacht, ich könnte gewinnen, aber giss' es. Ach ja, leck mich. Ja, hausen habe ich jetzt plötzlich überlecks ohne Ende, weil doch immer die nur da hausen habe. So, wie soll ich nie... Hm, naja, jetzt verliere ich natürlich wieder, war ja klar. Kotzt mich das an. Zweiter, ja, toll. Da ist schon wieder einer mit Elektro-Knarre, der, na, jetzt von irgendeinem anderen Blick gekillt worden ist. Damit ich den Kill nicht kriege. Ey, zwölf, neuer Rekord, toll. Sprengt mir doch leider null. Null. Oh, jetzt können die denn wieder... Ja, gut. Es reicht. Es ruckelt mir auch zu einig momentan. Äh, nein. Juhu. Ja, das war's für heute mit Open Arena. Wir sind sehr viel toll weitergekommen. Ich habe über zwölf Kills geschafft. In einer Runde. Jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich dieses, keine Ahnung, 5-Stunden-Video rendere. Damit ich das überhaupt irgendwie auf YouTube hochbekomme. Schauen, wie ich das mache. Ich sehe schon, komm, irgendwann habe ich ein Open Arena-Video, das so lang ist, dass es jetzt auf 720p nicht mal angeschaut werden kann. Egal. Das war's für heute mit Open Arena. Ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.